ja moin zusammen schön dass ihr da seid zu unserer zweiten folge dead by daylight mit am start ist die annemarie aka virus vision und ich sage einfach mal ein wunderschönen guten morgens hallo ich bin hier bei jochen baff geht's ja wir kommen zu einer weiteren runde dead by schreck gerupt intervention haben wir ja glaube ich drinnen wie man das sieht ja generatoren zu ich mache ein glanzloses totem als wir beide werden versuchen nur mit einem perk ich habe dabei also eine wille du hast glaube ich was hast du dabei ich habe unbeugsam so unbeugsam dabei werden jetzt in dieser folge nur mit einem perk spielen und versuchen natürlich auch wieder rauszukommen und wir schauen einfach mal welchen kinder wir auch haben also ein totem ist weg ein zweites totem ist weg wunderbar habe ich gerade weg gemacht glanzloses ich bin gespannt es ist wieder sehr ruhig in der letzten runde aber natürlich nicht viel mit totems gemacht ja wunderbar und der erste hängt auch schon haben wir wieder eine hand nein wir haben groß ist nein er sind da scheiße der hat mich da gesagt gesehen wie ich da lang bin ich werde jetzt gejagt ich kann also nicht abhängen folgt ihr dir ja danke für die tausend gummipunkte mein freund ich bin da ich bin da ich bin da von da sie möchte sich nicht hoch reinlassen ich habe ich hätte hinten rumlaufen müssen verkackt und wir setzen uns wieder hier an und jen ich versuche dich dann gleich zu retten das ist beim galgen vorne lang auf straße ja es geht von hinten rum ich gehe hinten rum ich sehe nicht mehr so dass man meine kraftspur nicht sieht und leute macht euch kein kopf bei twitch habt dann noch oft genug die zeit und die chance uns zu sehen aber im let's play machen wir generell die webcam aus holzer fragen aufkommen sollten ich schon jemand jeder kann nämlich zu zweiteilen das ist auch schon mal gut ja oben im salon mit einer geheilt gg gehe halt genau ist klar gejagt genau dankeschön mir fehlen die passenden worte es ist flitsch plätsch 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 schuhe haut so wird gleich noch mal gucken komm jetzt komm jetzt komm jetzt ja 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 beim beim trampa zelt aber noch bei trampa toni jenno kowski du hast du kannst da mehr sehen als ich hinter dem zelt achtest du mit drauf ja da vorne ist dann jetzt auf dem wege sonst ich versuche mal mitzuziehen die palette war eigentlich unnötig zu schmeißen ob ihr folgt mir macht du den gen weiter ja alles klar die palette hat auch nicht weg gemacht ich kann es also noch mal nutzen dann wenn falls links von dem generat also hier wo ich jetzt wieder dran gesitze vom zelt aus ist auch eine palette die kannst du auch noch nutzen naja was mit ihm ist er doch bei dir nein hat von mir abgelassen hat von mir abgelassen ganz leicht heartbeat ich weiß jetzt leider nicht wo er hingegangen ist auch nicht das macht mir gerade sorgen aber ich kann mich erst mal schnell hoch mit meinem medik ich komme wieder zu deinem gen dann ziehen wir den schnell zusammen noch durch das ist sehr schön da kommt er wieder ja die anderen zwei sind auf der anderen seite der map einer macht noch ein totem glaube ich der generator wird ein generator wird jetzt der generator getreten andere hat sie im schrank versteckt siehst du ihn von da hinten aus wo er gerade ist nein leider nicht nein ich sehe ihn erst jenig sehen hinter dem killer check wird gerne am generator gearbeitet oben am saloon ist auch einer ich ziehe ihn erst durch und dann rette ich dich oben am saloon ja ok alles klar wir lassen uns erstmal wohin wo er uns nicht gleich kriegt irgendwo eine palette das ist da wo der andere am generator saß ne da ok das war auch in der nähe so ein brauchen wir noch ja wo man ihn hier oben gleich machen das ist hat die frage kommt er direkt dann wieder hier rüber hat mich ja direkt gehalten das hier ist bist du ja ne 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 ich versuche mal zu retten oder um im saloon ist fast fertig ne ich geh zum saloon hoch ich bin da auch habt ihr jetzt abgehängt achtung 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 bleibt unten bleibt unten umdrehen 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 nachher nicht mache ich nicht mache ich nicht erfolgt mir absolut ja ich bin oben im saloon und der killer war auch ja ich sehe es ich gehe mal woanders bin ich immer woanders hin ich habe mich erst mal hoch ich habe mich erst mal hoch er bleibt oben noch am saloon er guckt in den schrank oben wir machen die anderen ein steht da oben und guckt irgendwie er steht da oben beobachtet jetzt er hat er da oben gedreht beim saloon macht der tür kaputt jetzt weiß ich warum geht jetzt hinten rum er ist wieder oben am saloon ok ich bin beim geigen ja ich gehe wieder hoch zum saloon ich habe leider jetzt mein es war ein killer schenk ich habe mein insta hier leider verballert ach Mist verdammte wenn er mich kriegt bin ich weg gehen in den saloon rein gehen in den saloon rein da kannst du auf jeden Fall noch ein bisschen mit den fenstern spielen sind wir zu zweit oben im saloon am gen da schau ich bin jetzt die falsche richtung genau oh Mutti der Hahn ist tot der Hahn ist tot du hast kein ah das ist shit du hast kein hart unterliegen nein ich lege in der palette ne hab ich nicht ich so ok du bist tot ne ja schade ich hätte die palette schweißen sollen nicht spielen jetzt kann ich nur hoffen dass er jetzt keinen nöt hat ich werde mich mal mit Adam hier ein bisschen verstecken ärgerlich ok wir sind wenigstens raus safe trip schade schade aber trotzdem gut gemacht muss ich sagen trotzdem gut gemacht schauen wir uns mal die Punkte an oh Gott war es besser gespielt haben beide gut gespielt so was hat er denn dabei gehabt ich bin ganz ohr schlappiger Schlachter korrupte Intervention und durchdringendes Zittern ok das war das ok ja gg trotzdem gg mal played hat es trotzdem gut gemacht ja hat er war zwar jetzt auch nicht gerade gut aber wir haben uns auch nicht so gut angestellt haha was ist was geht und auch wir hatten unseren Spaß ja das ist die Hauptsache ja so ihr lieben Freunde der schönen Unterhaltung wenn euch diese Folge gefallen hat dann lasst doch einfach mal einen Daumen da zapf für umsonst und guckt dann mal meine Videobeschreibung nach das weitere findet uns findet ihr uns auch auf Twitch für mehr also einfach mal reinschauen lohnt sich ich würde sagen das war euer Buffy ich euer Virus bis zum nächsten Mal machts gut und ciao mit V tschö mit Ö tschö mit Ö